So, zur Rundungsregulierung von Breitenbrief bekommen, das ist der hier, und so, ich habe eine drauf gewartet, wie sie jetzt ausverkauft habe ich gesehen, das gibt schließige Blätter, 25 Stück, und ganz so billig war es nicht, ich gucke jetzt mal nach, ob das die richtigen sind, da steckt mich nicht mehr im außenbruch, das ist da alles nicht, was macht ja nichts, was können wir denn hier aufstehen, Wir haben etwas anderes bezeichnend, es sind aber die richtigen. So, das ist B23 von Makita. Wenn wir eine Ausguckung haben, dann bezeichnen wir 85743-25. Das bin ich von früher und das ist jetzt nicht so, dass die gefälscht sind. Die Makita hat eine ähnliche Qualität. Ich glaube, die sind so ein bisschen lackiert hier, bei denen nicht der Fall. Man merkt aber, dass die ähnliche sind. Ja, bin ich zufrieden mit. Tschüss. 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 Tschüss.